Okay. Hallo, ich bin Grossmeister Martin Sewer. Ich habe eine spezielle Lösung für diese Situation. Anders, als man vielleicht erwarten würde. Man könnte das auch mit unseren Beinen lösen. Mit Stellungen und mit Tritt. Schauen wir uns das nochmal an. So, er kommt. Ich wechsle hier rundherum. Selbstverständlich, ich darf meine Arme mitnehmen. Das ist kein Problem. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Ich komme da hinein, nähe zu ihm. Und gehe in meine Stellung. So, ich komme da hinein. Da hinein. Gerade bis im Knie, gerade da unten dran. Ich nutze meine Reiterstellung. Sinken. Und jetzt, wenn ich da bin, mit den Armen muss ich gar nichts machen. Ich kann natürlich da gerade eine Hebeltechnik machen. So, ich bin da. Und jetzt kann ich da gerade weitergehen. Hier auf sein Knie. Zerschmetteren sein Knie. Entweder mit dem Kick an dem Pfirsich. Oder mit dem, dass das Knie so am Boden aufprallt. Und von da aus nachher kann ich alles Mögliche machen, was ich gerne hätte. Kein Problem. So, ganz eine aussergewöhnliche Lösung. Und wir haben noch ganz viele andere aussergewöhnliche Lösungen. Bist gespannt darauf. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hier oben ist der Link für das E-Kung-Fu. Hier unten ist der Button zum Abonnieren. Und natürlich die Glocke nicht vergessen.